Hallo Herzlich Willkommen zum neuen Video auf NukaVlog Naturunterwegs Heute gibts mal ne Grillparty Vlog Grillparty Video Heute bin ich mal, oder heute sind wir mal die Grillmeister Und ja, zeigen wir mal wie wir grillen Ach keine Ahnung also, ja wir machen einfach So So Bratwurst nehmen ne Wir wenden noch 2 Stunden Achso Wir machen eben heute, was machen wir denn? Steak ne? Quatsch Steak nicht Hähnchen Und wir machen noch also ne Grillspieße Hier haben wir auch einen Teller gelegt Dann machen wir hier sowas noch ne Das ist auch ein Abo da Keine weiteren Video Das ist ein Garten Video Hier So was Das ist so ne Gemüsepfanne So Wir haben jetzt hier noch eine Osternkunde Guck mal hier Osternkram schon hier Osternkunde Gibt's nicht drauf Wie das heißt dekorieren Das werden jetzt eh bald Ostern alles kommen Okuloks mit Ostern hier Auf Gartenbius, keine Sorgen Aber ja, soweit schon mal Guck mal Die Osternkörbchen Warte Nein Ja das ist gut hier Wir haben jetzt hier Wir haben jetzt hier Wir haben jetzt hier Wir haben jetzt hier mal Wir haben jetzt hier mal Ja 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 guck mal Ja Ich hab die gesehen Ja das Osternkram hier vorne Oha Alter Guck mal das an hier Wo sind wir denn gelandet? Im Osternparadies oder was Leute? Ich hab das mal an hier Ich hab die Posen Ah Guck mal das gesehen Ey Schiffslachtige Boah ey Wir haben jetzt hier nochmal Äh Holzkohle gekauft Ne Aber die brauchten wir nochmal Ja Bei Kauflunchen Wir sehen ey Die Osternparadies So Leute Wir sind wieder Zuhause Wir haben Ja Habt ihr schon gesehen Äh Bald wird auch noch ein Video kommen Von der Ostern Dekoration Wollen wir alles dekorieren morgen Ähm 13. März Und ja Ich will jetzt erstmal Kohle holen Ihr wisst ja eben Waren wir im Kaufland Wir haben eben Rekordreise Für 22 Getank So Tank Ja Hier haben wir Real Kohle noch Aber wir holen Haben wir nochmal Guck mal Guck mal So den hier auch noch Was die beste Wörter auch ist Einfach so'n Turm bauen Was ist die beste Kohle Ja Würde ich sagen Was soll ich sagen Bei uns ist es immer Eine Holzkohle gewesen Warum Das ist die beste Kohle Das ist die beste Kohle Weil Ähm Ja die geht schneller Weil das andere Haben wir beim Benutzen Das ist noch 2 Stunden gedauert Das sind jetzt wie 5 Silo Let's go Barbecue Die beste Tabelle Wer die beste Machen Sie Was ist das Hab ich doch Da Hat er ist nicht Nee actually Auf Bitte Mach ein Ich möchte den anderen Ich muss ein Mal an Kann ich das alles tun? Schau doch. Ich bin hier durch. Warte mal. Ich muss da noch was haben. Wir müssen mal einen Weg gleich machen, oder? Na? Mach doch mal was. Komm her. Ich mach mal. Weißt du was? Was für ein Stab? Stabfahrzeug ist besser. Ich glaub das verbrenne ich mir die Pfoten. Ich bin hier fragt weiter. Ich kann kein Zeichhör aufwärts. Ich bin hier an die Pfoten haben. Alright, طüríveständig und spannend. Yeah! Jetzt kommt schonpic. No, jeder. Oh, ich soll mal vorhören. Wenn man einen Tag nicht in den Video kommt, nehmen wir auf jeden Fall den nächsten Tag in den Video, weil das geht nicht, wenn nur ein Tag keins kommt. Das ist so entspannt, wie Fireplace, oder? Als der Kanal hier noch ein Fireplace, oder ein Kanal war mit dem Feuer, guck mal wie entspannt es ist. Ja, aber das sind so kleine Tipps. Es geht natürlich weiter. Aber erstmal durchblieben lassen, wie lange dauert es? Da unten, ihr wisst ja. Da unten ist das Guckloch. Ja, das sollte man nicht mehr auflassen. Weil die Hitze steigt dann von unten. Also wir haben jetzt nicht so doll Wind. Vielleicht ist der Tag 1. Wir haben heute 13 Grad. Es ist richtig warm. Schreibt mal rein, wie warm gehört es bei euch. Wo sie gesagt haben, heute werden 10 Minuten einfach reichen kann. Ähm, jetzt hast du jetzt zwölf der Meer, das stimmt. Genau. Aber ein bisschen durchblieben lassen, weil, ähm, ja, dem steckt natürlich die Hitze. Also wenn, wenn kommt, dann nimmt das schneller durch. Ähm, oder geht schneller durch. Wenn ich es zulasse, kommt ein Hitze rein und, äh, es fällt nicht. Es fällt nicht. Es fällt noch nicht. Ähm, ich überrufe, wenn es gut ankommt, halt nicht. Es ist ja irgendwie auch, ähm, zwar entspannt. Aber ich möchte auch nur, wenn wir was anderes sagen. Hier mein Beet so. Ja, wir haben ja unsere Reihe immer ein bisschen umgestellt. Ähm, weil hier so das Beet. Bei mir hat sich immer noch nichts getan. Warum, ähm, noch kein Spinat und keine Möhren gekommen sind. Das hat was damit zu tun, weil nachts ist kalt. Am Tag ist es schon warm. Aber es muss sich ja erstmal entwickeln. Und sieben bis vierzehn Tage. Morgen ist es... Ja, und hier? Ja. Das neue Stativ ist echt praktisch. Selbst die Osterglocken sind ja da. Wir wollen ja morgen auch mit der Osterglocken rüber gehen. Wir haben ja heute schon die Haaren quasi aufgestellt. Die Blünen jetzt auch schon. Wie vor einem Monat schon mal gezeigt. Im Januar. Und hier auch die Rose. Kriegt ihr auch langsam mit Ende gucken. Oh. Hier so ins drehende Herz. Das sieht man vielleicht nicht aus. Wenn ihr hier unten guckt, ne. Jetzt könnte ich mal ein bisschen ran zoomen. Da unten. Vielleicht seht ihr es. Also etwas rosa. Ja. Langsam fängt alles so ein bisschen an zu flügeln. Hier die Tulpen. Ja. Habe ich auch vor einem Monat schon mal gezeigt. In Videos. Vielleicht ein Haaren getötter sagt. Vielleicht schmeißen wir es sogar raus. Und den kaufen wir uns einen neuen quasi, ne. Ähm. Ja. Was ist jetzt los? Ja. Es ist ja schon blöd. Weil der ist sehr verholzt. Ähm. Ja. Hier eben so unsere Hornpfeiche. Guckt mal. Hier ist noch unsere Bäume. Werde ich auch mal. Schau jetzt mal. Oder Gartenvideos probier machen. Ähm. So ein Video kannst du auch gerne mal machen. Natürlich. Äh. Sowas ist natürlich auch wichtig. Äh. Ich habe geguckt. Auf Youtube hat das noch keiner gemacht. Na. Ich mache ja auch nur Sachen. Ihr wisst. So. Was ist denn jetzt hier? Ne. Ich tut mal weg. Man soll ja auf Youtube einsichern. Also ich sage. Man muss mich die versuchen. Ja. Guckt mal. Hier ist so die Reihe. Ja. Ich weiß. Es ist viel braun noch. Ähm. Schneiden wir natürlich ab. Ne. Ja. Keine Sorgen. Das ist einfach nicht. Ja. Es ist ein dummes Auto. Da kommt noch. Ja. Wie ist das eben alles? Ja. Ja. Wie ist das immer? Ja. 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 Das war's für heute. Kannst du was rausgehen? Ja. Jetzt hörst du nicht so, dass wir mit Feuer etwas gemacht haben. Was hast du denn jetzt wieder mitgebracht? Boah. So was? So was? So. Und Kräuter, Bruder. Komm doch mal rein. So hoch auf einmal. Ich hab nichts gemacht. Natürlich. Der passt doch dann weg. So? Die mir weg. Nein. Nein. Die hier ist. Das ist jetzt ein Zeug. Ja. Ja. Das ist ein Zeug. Ja. Das finde ich hart. Geh doch mal aus. Hier. Das sieht aus wie der Einflug. Ich muss mal wissen, dass es weg ist. So schön ist das nicht mehr. Stuhl. Ich hab da sonst gedacht, Bank und dann Stuhl. Ach, das weiß ich auch. Alles gut, ja? Na klar. Hey, schön wird die eingeschaltet. Chaos ist alles gut. Ah, Mann, dieses Friere. Das geheimt wie so ein Irre. Ja. 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 Wenn das Toß so hoch ist. Schachtlich. 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 Das ist einfach. Das ist mir angebracht. Macht man das auch so? Was ist angebracht? Das kommt hier gar nicht aus. Was ist angebracht? Diese Paprika hier. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Es ist nicht so. Es geht schon an der Schule. Das ist ein Wettbewerb. Das ist so. Es geht hier. Ich weiß nicht, dass ich hier. Ich glaube, es ist hier. Wir wollten auch mal ein Bild machen zusammen, ne? Mach das keine. Mag keine machen, ne? Du willst zusammen? Ein Bild, mach. Soll ich die auch schon drauflegen? Ja, das Hähnchen weiß ich nicht. So, ist gut? Warte mal, warte mal. Was ist denn? Das Hähnchen weiß ich nicht. Das Hähnchen weiß ich nicht. Das ist doch, ne? Ja, das Hähnchen weiß ich nicht. Ne, aber wir wollen doch hier zurückholen. Die ist uns weiß, aber wir wollen doch nicht hin. Das ist doch kaputt. Warte, den schließt du. Den hier? Du weißt, wie du auch schon drückt? Ja. Ah, ja. Was? Die Decke jetzt noch drückt? Ach so, nicht gut. Noch gut. Halt dich da noch nicht so drückt? Auch nicht. Aber jetzt kann ich noch mal rein. Ne, ich hole jetzt. Aber ich finde, Grähen ist nicht so schön. Aber die kommen ein bisschen lapsig an der Seite, ne? Ja. Die Papse. Die Papse. Nicht so. Hier müssen wir jetzt zacken. Das ist zu schleifen. Was ist denn hier drauf? Hähnchen schmecken doch. Von hier. Von hier. Von Nette. Kann ich die auch mal auflegen hier. Die hab ich ja vorhin selber gemacht. Die habe ich ja vorhin selber gemacht. Ja, super. Was ist denn da? Ja. Das muss man irgendwie machen. Ja. Nicht auf den Augenlatten, ne? Weil es kann sein, dass man ja Pizze darf und dann so ist aber fach. Ja, ne? Halt doch mal auf, ne? Das ist hier drauf. Ja. Das ist hier drauf. Ja. 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 Das ist kein Problem. Ja. 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 Ja ja. 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 огache. Ja. no00 30q4 Das sieht man gar nicht, was ich da mach, ne? Kannst du mich manchmal присuppeln. Gart doch höher. Geht auch gut, ne? Das ist immer noch schmatt. Unbedingt. Ist der hier auch durchgepackt? Der spielt so. Der spielt so ein Schattengat. Ich habe diese Toast, ne? Und? Was ist das? Selbstmacht die Toast ist. Aber ja. Was ist das so ein Netflix? Ja. Können wir das mal wegnehmen? Ja. Würden wir ganz gerne machen. Wie weit hoch? Ja, da vorne. Fünf bist du noch? Kurz? Nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Kann ich mal ganz kurz helfen? Ja. Kannst du mal kurz? Ich hab keine Ahnung. Vorhin hast du die Stative davon unterwegs liegen gelassen. Ja. 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 Das andere muss auch noch drauf. Das andere? Ja. 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 Mach ich jetzt. Soll ich das jetzt drauf packen? Ja. Ist zu viel. Jetzt drauf packen. Ja. Jetzt haben wir auch diese olle Pfanne. Sieht ja lecker aus. Okay, dann hol ich mir jetzt auch noch was. Ja. Wo sitzt man hier? Ja. 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 Gibt es den heim? Ja. 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 Wie das heißt. Ja. Das geht um die Rundphäuser. Oh, das mach ich da, da bin ich hier alleine. So, dass sie nicht alleine ist. Toll, zu dir. Toll, ne, an den Leuten zu suchen. Das macht besonders gerne. Ich bin brav. Wir haben uns alle erlauben, nicht nur. Wir haben uns nur gegessen. So steckt sie das Wetter nicht aus, oder? So steckt sie das Wetter nicht aus, oder? Wer will das? Ich nicht. So, das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen, schicken wir noch mal in den Fokal. Da ist ein Abo da, das war der Grill. Und wir sehen uns da.